Bei dem Wetter gehe ich jetzt nach Hause und gucke es mir im Fernsehen an. Da haben Sie auch recht, aber Sie sind bestens vorbereitet. Sie sind treue Leserin. Seit wann sind Sie Herr-Abendblatt-Leserin? Seit, ich bin 78. Ich würde mal sagen, über 50 Jahre lese ich das. Und habe auch ein Abonnement und was weiß ich. Also das strahlen wir auf jeden Fall aus, den Clip mit Ihnen. Und Sie waren auch schon in der Geschäftsstelle, sehe ich heute Morgen. Sie haben sich schon die Union-Jack-Flagge besucht. Genau. Ich dachte, ich gehe rechtzeitig damit noch, welche da sind. Also.